Hallo, herzlich willkommen! Zurück zu einem weiteren Video. Riesenkanal sofort und gleich in die Halle. Und heute gibt es ein Pack Opening Up. Hergleich! Erster Account. Genau. Gucken wir mal. Sorry, ich höre mich ein bisschen komisch an. Ich bin ergeltet. So, was haben wir denn? Ringen. Aber ich will das noch schnell machen, bevor die Waffen kommen. Um 20 Wochen kommen die Waffen. Müsste so sein, ja. Fandst du gerade genau das gleiche wie ich? Ein Wurst hat Comeback-Elect? Ja. Damen-Football. Dreimal bitte warten. Horace Cam. Als ob du so viel Luck hast. Von vier Packs. Drei Leggies. Zwei Leggies. Ja, zwei. Drei. Oh, drei Leggies. Okay. So. Auf einmal habe ich das letzte Mal Pech gehabt. Ja und? Ich habe aber jetzt Pech gehabt. Das ist nicht fair. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt fangen wir erstmal hier an. Weil ich muss dann noch tatsächlich noch da unten Messages abrufen. Belohnungen. Ich habe hier 30.000. Das ist ja das Max. Also Leute, wenn ihr gleichstelle Belohnungen ausnimmt, dann kommt ja eine Minute vor Spur. Zwei Minute. Zwei Minute. Zwei Minute. Zwei Minute. Wie toll. Du hast drei Leggies schon bekommen. Also. Bitte, 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 bitte. Sei nicht so. Ich habe jetzt aber 15 Super Epic Packs hier. Wenn du jetzt eine mitdicksten ziehst, dann rassst du dich aus. Das wäre toll. Hätte ich verdient. Für was? Für die ganze Arbeit. So, jetzt kommt ein Stewie. Den hast du verdient. Nein. Nein, Herr Gleich hat jetzt... Welche Mythic würdest du dir wünschen? Stan. Okay, Herr Gleich würde sich Stan wünschen. Das bedeutet, Herr Gleich kriegt jetzt Stan. Und Herr Gleich hat sich Stan verdient. Aber du hättest nicht gesagt, du möchtest Farbe. Das bedeutet schon sagen, episch, oder? Ja, episch will ich dir nicht. Hast du ihn noch nicht, oder? Oh, Ghost Boy. Wow. Impressive. Ist es noch ne Lechi. Lechi ist ne Lechi. Toll. Hab ich schon 800 Schöpfen. Spaß. Helle Mobil. Jo. Oh. Oh, ne Legendary. Oh, der Nibbler. Auf dem Dach. Der Nibbler. Wie schön. Ne Lina. Eine Lina. So, und wir sind zum Beispiel schon mal bei 5 Plechis. 5 Plechis schon? Ja. Du bist echt nicht so Karl Andakina. Bin ich gar nicht gewohnt von dir. Oh das. Bob's Burgers. Seit wann bist du mal nicht so Andagi. 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 Unruppet. Ja Leute, wie weit seid ihr im Small Club? Das hat ganz schön lange gedauert. Wie lang seid ihr im Small Club? Wie lang seid ihr im Small Club, Leute? Wie lang seid ihr schon im Small Club? Na gleich. Wie lang bist du denn schon im Small Club? Bin mal gespannt. Oh, Dr. Kyle. Ich weiß gar nicht, ob ich die jetzt auch schon habe. Moment. Oh. Wir brauchen null. Ja. Jetzt müssten wir hier Lechis noch haben. Drei Stück. Und dann kann ich noch mal Belohnungen abholen. Ja Leute, guckt euch das an, wie wir gleich. Kenwert reagiert. Was haben wir jetzt? Was haben wir jetzt? Noch einen Pantry Guns. Ja, die Kraftsteine interessieren mich gar nicht mehr. Kriegt eher die Lechy Stones zusammen, als diese Kraftsteine. Lebst du noch? Oder verreckst du schon? Tablet? Ja. So. Und noch eine Tina. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt geben wir nochmal die Belohnungen rein. Oh mein Gott. Alleine die Belohnungen jetzt aufzumachen, dauert geschätzte 5 Minuten. Vielleicht sollte ich die mal löschen. Für das löschen, für das löschen brauchst du zwei Stunden. Wahrscheinlich den ganzen Tag dann. Mit dem Tablet. Also Leute, ich klicke hier die ganze Zeit drauf. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt einfach mal das so da stehen lasse. Komm. Da sind wir beim löschen. Ja, ich bin stolz. Ich bin stolz. Ich bin stolz. Du hast aber gleich schon seine Belohnungen ein. Oh, das ist witzig. Wie geil ist das denn bitte? Ja. Belohnungen einsammelt er gleich damit. Geschätzte 5 Stunden später. Da braucht man jetzt den Skip Button gar nicht mehr. Ja, bis der Skip Button da ist, hat sich das Tablet bis zum Ende gelegt. Alter. Also ich habe jetzt geschätzte 20 Mal auf Belohnungen abholen gekriegt. Ich habe einen Schluck auf. Ich habe einen Schluck auf. Tja, guckt euch dieses Drama an. Boah, ich habe einen Schluck auf. Warum noch? Boah. Hast du das so lachen? Was ein Drama. Oh ne. Also Leute, ehrlich. Das kann doch einfach nicht sein. Also… Oh, ne. Es kann doch einfach nicht sein. Also… Oh, oh, ich hab meinen Dale fast voll, endlich, also was heißt fast voll, endlich auf Level 12 dann. Cool, da kommen nochmal zwei Golden Third Packs dann zustande, wenn irgendwann die Belohnung abgeholt ist. Oh, guckt euch. Oh, da hat man gesehen, dass ich mehrfach drauf klicke. Nach dem 30. Klick hat er dann irgendwann mal das erste Mal gesagt, dass er ihn registriert. Laden. Das ist mein Dale, der wird sehr häufig der Fall. Ja, oh, wir sind aber auch dann schon fast da, also so in 10 Minuten haben wir dann noch die letzten beiden. Drei, vier Dinge. Vielleicht muss ich es streicheln. Ah, guck. Streicheln funktioniert. Lade mal mit Rosenthal. So. Und Dale, der Toxic Shock. Letzte Karte. Ich meine, der sieht zwar geil aus, aber 8,12. Komm, mach schnell, Alter.